Dieser Chef kommt in sein Büro und bittet seine Assistentin, ihm einen Kaffee zu machen. Unerwartet sagt sie zu ihm, dass er die Tür zumachen soll. Zuerst versteht er es nicht, aber dann sagt er zu ihr, dass sie lieber bis zum Feierabend warten soll. Plötzlich kommt sein Arbeitskollege herein und macht sich an seine Assistentin ran. Der Mann wird wütend, aber sie scheinen ihn zu ignorieren. Dann versucht er sie voneinander zu trennen, doch zu seiner Überraschung gehen seine Hände einfach durch sie hindurch. Auf einmal kann er durch Wände gehen und seine Mitarbeiter laufen einfach in ihn rein. Der Mann ist verwirrt und versucht zu verstehen, was gerade passiert. Er beginnt zu schreien und fragt, ob ihn irgendjemand hören oder sehen kann, aber er bekommt keine Antwort. Als er sich umdreht, sieht er ein Schwarz-Weiß-Bild von ihm. Es stellt sich heraus, dass der Mann bei einem Autounfall gestorben ist und zu einem Geist wurde. Verzweifelt geht er auf die Straße und will sich überfahren lassen, aber die Autos fahren einfach durch ihn hindurch. Zur selben Zeit über reden ein paar gemeine Jungs ein Jung dazu, für eine Greenpeace-Aktion Fahrrad zu fahren. Aber er weiß nicht, dass sie heimlich die Bremsen manipuliert haben. Der Junge kann nicht bremsen und fährt mit 100 kmh die Straße hinunter. Plötzlich sieht er den Mann und sagt, dass er aus dem Weg gehen soll. Der Mann ist schon gewohnt, nur heiße Luft zu sein, aber komischerweise kann er den Jungen stoppen.